Euch habe ich doch nicht vergessen, ja, euch habe ich nicht vergessen, die Leute da drüben, stellt euch mal vor, ja, die machen sozusagen ihre Endausbildung zu OP-Schwestern und OP-Brüdern, ja, also der Spruch, haben wir einen Arzt im Saal, können wir uns heute mal ganz getrost sparen, wir haben ganz, ganz viele davon im Saal und ich sage zu euch drüber, hallo jener, willkommen in Berlin, die Jungs und Mädels da vom OP-Tisch, die kommen nämlich aus Jena, ach, sehr schön, ja, Matze, da kiepste, wa, unser Matze, genau, der hat einen besonderen Bezug zu Jena, aber ich fang an, aus dem Nähkästchen zu plaudern, will ich ja jetzt gar nicht, wenn ihr etwas zu feiern habt, etwas Besonderes, lasst es mich wissen, ob ich werde es der Welt kundtun und jetzt bin ich erstmal wieder still, verschwinde von dieser Bühne und dann geht es in wenigen Minuten weiter, ich gucke mal, was unsere Damen vom Ballett machen, ich denke mal, die schicken schon mit den Hufen und sind gleich für euch da, also, wir sehen uns in wenigen Minuten wieder auf dieser wunderbaren Bühne, bis dahin, fühlt euch hoch!